Let's get ready to rumble! Von StarTank 2000 und ja, klassischer Medium, aber er wird ganz gern auch so ein bisschen Scouting-mäßig gespielt, also von dem her bin ich sehr gespannt, was er hier reist. Erlenberg als Karte und die Teams einigermaßen ausgeglichen, also ich würde jetzt da keinen großen favorisieren der beiden. Man sieht auch unten schon an seiner Ausrüstung mit Fernglas und Tarnnets, dass er den eben so ein bisschen auf Sicht setzt. Also von dem her können wir doch einiges erwarten. Und er nimmt erstmal hier auf der 9er Linie Position, wird hier wahrscheinlich ein bisschen spotten wollen. Für den Medium ist er auch einfach, ist er wirklich schön schnell, das kann man auch sagen, wie es ist. Man sieht ja, wo die eigenen Leute gerade hinten noch sind. Also da ist noch praktisch etwas, eine kleine Lücke hat sich da aufgetan. So, jetzt geht er hier in Position und macht die Gegner auf. In dem Fall, nimmt auch den, ja genau. Ja, schön, der trifft. Kriegt hier einen Abpraller, M6 prallt auch ab. So will man das doch haben. Er ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt kann er hier eine schöne Gandhi Pressen, kann er mit gut arbeiten. Der KV3 kommt genauso, dass er ihn an die Frontplatte schießen kann oder auf die Frontplatte vielmehr. 0 zu 3, okay, wo, das geht dann aber schnell. So, ja, da hat er sich gerade noch zurückgezogen, aber da kommt er wieder vor. KV85 hat eine potente Kanone, da muss er aufpassen. So, jetzt den T-34 vielleicht noch schnell abstauben. Nein, er kommt nicht ran. Na, das konnte er leider nicht. Hätte er gern abgestaubt, aber wenn er da rausgefahren wäre, hätte er auch gut aufs Horn genommen werden können. So, ah ja, sehr gut. Ich wollte schon sagen, lässt er stehen, aber hat ihn angezündet. Perfekt. So, der M6 auch hier, schöner Hit. Und jetzt nochmal, komm, nimm den auch noch. Nein, nein, kriegt er nicht. So, KV kommt raus. KV, guckt Gott sei Dank nur auf den T-34-85. Na, der wird so Kette dahin nur, aber dürfte keinen Schaden machen. hat er sich perfekt gedreht und jetzt kann er ihn auch so weiter getrackt halten schaden machen damit ist er direkt aus dem spiel er kann nichts mehr machen der kv3 wenn er nicht kettet ja da ist er weg jetzt der kv 13 da unten nein zu früh geschossen muss doch abstauben 2100 schaden gemacht 6 zu 7 jetzt wird gecappt jetzt schauen wir mal was er da jetzt wieder agiert jetzt müsste er vielleicht auch sogar bald auf die arti treffen könnte ich mir vorstellen dass die irgendwo gleich aufgeht er bleibt hier mal stehen lasst sein scherenfernrohr anspringen nichts offen mit dem kett braucht man hier sich jetzt nicht so zu beeilen man sieht man hat zwei minuten hat er zeit also von dem her kein stress arti geht aber leider immer noch nicht auf oder sonst ein anderer gegner so jetzt waren die beiden sich da in die karren heißt jetzt ein vk offen allerdings der ist jetzt so weit weg der ist ganz unspannend für ihn jetzt ist ein zweiter in den cap rein gefahren das heißt jetzt der counter geht weiter aber jetzt hat er aber sehr schön hat sich der direkt gerecht motor ist aber hinüber dem muss er reparieren sonst verbüßt er einfach zu viel ein sieben zu neun so das objekt genau sehr schön kann ganz entspannt drauf wirken objekt bekommt einen von der seite von vorne und da flüchte da gerade auch so oder so offen kriegt ein hit vom vk objekt wieder so nicht kommen ich würde sagen gehe auf den m4 sehr gut er hat auf mich 7 zu 9 8 zu 9 also es ist eine knappe sache hier ja der m4 wird hier rausgenommen braucht er gar nichts großartiges zu tun jetzt aber der 150 ja leider nicht jetzt m6 aber wir haben sie böse erwischt gibt nichts schlimmeres als diesen satz aber 11 zu 11 steht wenn der vk jetzt noch kommt kann ich den machen wir sind vorhalten nein der wartet zu wenig so ist drei macht den vk dafür aber weg aber jetzt hat er hier die schöne position kann jetzt hier eigentlich wirklich gut snipen es muss nur noch wieder einer nach vorne kommen oder zu weit zurückfahren beides machen sehen aber nicht hat dies immer noch nicht gespottet gewesen bzw zuletzt da unten aber sie lebt halt noch die letzten zwei kampfpanzer sind hier vorne eben als die frage fahrt doch die mitte an sie ran oder unter den langen weg und will sie hinterfahren aber die hellcat fahrt schon weiter deswegen wird die entscheidung wahrscheinlich auf der mitte liegen da ist die art hier auch ab so hellcat ja hellcat ist weg sehr schön so jetzt m6 nachgeladen hat er arti hat den vk rausgenommen aber sollte ihn jetzt eigentlich nicht wirklich dramatisch stören er hat noch genug hp kann jetzt hier sogar ein one shot machen nein gibt's doch nicht so jetzt ist der weg und jetzt lebt nur noch die arti also das ist klein kam so dass die arti und der verschießt er schießt daneben noch mal daneben heide witzker der will die nicht töten arti end jetzt auf ihn arti verschiebt wie knapp so jetzt trifft er aber und der letzte schuss und dann ist es auch um die arti geschehen und den macht er ganz entspannt ganz ruhig und unglaublich angezeigte 36 gemachte 3869 schaden richtig schön richtig viel für den panzerbau von dem her vielen dank starting für das replay und ich hoffe euch jetzt gefallen deswegen lasst mir doch einen kommentar sehr gerne dazu da bis bald euer al karamba das war für euch jetzt dir das warakis jetzt dann für euch jetzt wir k